Das Nook ist für leichte Backcountry-Touren gemacht. Mit einem Gewicht von nur knapp 1,5 Kilogramm ist es ein extrem leichtes Zelt für zwei Personen. Trotz des leichten, kompakten Designs bietet dieses Zelt den Platz und die Merkmale, die sonst nur bei größeren, schwereren Zelten vorzufinden sind. Das Nook wurde entwickelt, um mehr als nur ein ultraleichtes Campingzelt zu sein. Wir haben dieses Zelt entwickelt, um unter echten Backcountry-Bedingungen zu bestehen und den Anforderungen bei längeren Touren gerecht zu werden. Die Bodenfläche des Nook ist für die kleinen Stellflächen gemacht, die in unwegsamem Gelände häufig anzutreffen sind. Davon ausgehend haben wir ein Zelt mit möglichst viel Wohnraum erarbeitet. Der Boden ist dafür ausgelegt, problemlos Platz für zwei normal große Matten zu bieten. Steile Wände und eine einzigartige Spreizstange vergrößern das Innenvolumen und bieten mehr Platz für das Aufsitzen und Umdrehen. Das Nook-Überzelt leitet Wasser von der Tür weg. Das verhindert Tropfen und verbessert die Gesamtbelüftung. An Regentagen kann man sich bei zur Belüftung geöffneter Türe entspannen. Durch einen kleinen Eingangsbereich wird zusätzlicher Raum für Aufbewahrung geschaffen. Er ermöglicht es Ihnen, bei nassem Wetter Platz im Zelt zu sparen und so mehr Wohnraum und Komfort zu genießen. Die optionale Nook Mudmat verwandelt den Eingangsbereich in einen sauberen, trockenen Aufbewahrungsraum für Ihre Ausrüstung. Das Nook-Überzelt ist mit verschweißten Verstärkungen für erhöhte Strapazierfähigkeit ausgestattet. Diese Verstärkungen befinden sich in wichtigen Bereichen, in denen Abrieb wahrscheinlich ist. Das Nook-Zelt bietet hervorragende Belüftung. Belüftungsöffnungen im Zeltkorpus sind auf derselben Höhe wie die Öffnungen im Überzelt und ermöglichen so uneingeschränkten Luftstrom. Mit Hilfe eines Trekkingstocks lässt sich das Nook-Zelt freistehend aufstellen. Zusammen mit dem Zelt erhalten Sie einen Trekkingstock-Adapter. MSR-Zelte sind mit Blick auf langjährige Strapazierfähigkeit gemacht. Wir scheuen keine Mühe, um sicherzustellen, dass jedes Zelt aus Materialien hergestellt wird, die lange Bestand haben. Der Zeltboden besteht aus 40 Denier Ripstop Nylon mit wasserfester 3000 mm Durashield-Beschichtung. Das Überzelt besteht aus 20 Denier Ripstop Nylon mit Polyurethan- und Silikonbeschichtung. Die inhärente Strapazierfähigkeit des Stoffs in Verbindung mit verschweißten Verstärkungen an besonders strapazierten Stellen führt zu einem Überzelt, das der Nutzung über viele Jahreszeiten hinweg unter harten Bedingungen standhält. Jedes MSR-Zelt ist mit doppelten Kappnähten verstärkt. Diese Konstruktion ist strapazierfähiger und haltbarer als die Nähte vieler anderer Zelte und zählt zu den Dingen, die MSR-Zelte strapazierfähiger machen als andere. Das Nook-Zelt bietet Komfort und Platz in einem leichten, kompakten Paket, das ideal für den Backcountry-Einsatz geeignet ist. Trotz des leichten Materials ist es, wie jedes andere MSR-Produkt, auf Leistung ausgelegt. Weitere Informationen über das Nook-Zelt und einen Händler in Ihrer Nähe finden Sie unter msrgear.com.